Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem Studio Meißen zu unserem Themenblock über die EU. Eine weitere Verordnung der EU beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Strom darf durch den EU-Honig fließen. Wer meint, die EU habe bereits alles durchreguliert, täuscht sich gewaltig. Brüssel definiert laufend neue, zum Beispiel auch so unnötige Richtwerte wie die elektrische Leitfähigkeit des Honigs. Nein, es ist kein Scherz. Bei Waldhonig muss diese einen Wert von 0,8 Mikrosiemens pro Zentimeter betragen. Was es bringen soll, wissen wohl selbst die EU-Kommissare nicht. Doch aufmerksame Bürger erkennen, wie sich diese EU-Kraten auf diesem Weg scheibchenweise selbst immer mehr Macht aneignen. Wer immer ihnen diese stetig zunehmende Machtfülle zugestehen will, der schweige einfach auch ferner hin zu all deren Treiben. Weitere Forderungen der EU, um ihre Kontrolle in Europa auszuweiten, erfahren Sie aus dem Studio in Bern.